Eigene Kräfte Die Kräfte befinden sich in der Verteidigung gegen Feind, der mit Kampfpanzern und Schützenpanzern angreift. Im Zusammenwirken mit abgesessenen Schützen durchkämmt er die zahlreichen kleinen Waldgebiete des Gefechtsfeldes. Trotz erheblicher Verluste durch weitreichende Waffen gelingt es dem Feind weiter vorzustoßen. Vor den Stellungen des zweiten Zuges einer Panzergrenadierkompanie hat sich die Lage zugespitzt. Die abgesessenen Schützen greifen mit Unterstützung den Zug an. Die eigenen Schützenpanzer unterstützen aus wechselnden Stellungen. Der feindliche Angriff kommt vor dem Zug zum Erliegen. Der feindliche Angriff Bravo 1 Achtung rechte Flanke Kampfpanzer und Schützenpanzer umgehen uns rechts mit Panzerverlichtungsdruck angreifen. Kommen! Wir Bravo 1 Achtung rechte Flanke Erheuern! Kampfpanzer und Schützenpanzer umgehen uns rechts! Wir greifen an! Panzerverlichtungsdruck! Freider Taum! Kommen! Panzerfolge auf! Platz! Schieße! Taum getroffen! Schieße! Sof ranging hears gerät! Die Freider Liebler! Spann, sofort auf esperoeren, folgen! Entschuldigung! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Feind hat die Stellungen des Zuges umgangen und greift die rechte Flanke an. Der Feind hat die Stellung des ZDF, 2020 Der Feind hat die Stellung des ZDF, 2020 Der Feind hat die Stellung des ZDF, 2020 Der Feind hat die Stellung des ZDF, 2020